Liebe Leute da draußen, heute ist Anne zu Gast. Anne hat eine dreijährige Tochter zusammen mit ihrer Frau und lebt quasi in einer Regenbogenfamilie. Kann man das so sagen? Kann man so sagen, hört sich gut an. In ihr drin, das ist wunderbar. Wir haben gerade schon kurz im Vorgespräch gequatscht, wie viele Leute einfach immer wieder scheiße reagieren, wenn kleine Kinder da sind. Ja, man bekommt manchmal Blicke, wenn Kinder sich irgendwie äußern oder mal spielen wollen, genau. Das ist krass. Aber ich finde, man bekommt eh immer Blicke, weil auch Erziehungsstile und so unterscheiden sich krass.